Willkommen bei Finance Experience. Heute stellen wir euch ein Video von Peter Schiff in deutscher Übersetzung vor. Peter Schiff spricht über die aktuelle massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation durch die Maßnahmen in der Pandemie und mögliche Szenarien, die aufgrund dieser Maßnahmen auf uns zukommen. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran. Peter Schiff sagt, das Jahr 2020 war ein schlimmes Jahr, aber 2021 wird noch schlimmer werden. Und der Grund, warum 2021 schlimmer als das vergangene Jahr wird, ist nicht die aktuelle Krise, sondern die Reaktion der Regierungen und der Zentralbanken auf diese Krise. Die Geld- und Fiskalpolitik hat weit mehr Schaden angerichtet, als es eine vermeintliche Pandemie kann. Das ist also das eigentliche Problem. Das andere Problem ist, dass die Regierung die Pandemie als Vorwand benutzt, um noch mehr Macht an sich zu reißen und die Freiheit und die Wirtschaft in einem noch größeren Ausmaß zu zerstören, als es vorher der Fall war. Ich glaube, dass der richtige Weg für unsere Wirtschaft ein freier Markt ist. Die Vereinigten Staaten wurden auf den Prinzipien eines begrenzten Einflusses und einer begrenzten Macht von der Regierung auf unsere Wirtschaft gegründet. Die Idee von Amerika als Nation ist das Konzept von Unternehmen, die selbstständig in Form des Föderalismus arbeiten, und das in einem System, in dem die Bundesregierung innerhalb seiner verfassungsrechtlichen Beschränkungen funktioniert. Das bedeutet, dass die Regierung sich in das Marktgeschehen sehr wenig einmischt, sich überwiegend um internationale Angelegenheiten kümmert, aber alle inneren Angelegenheiten den Kommunalverwaltungen überlässt. Was wir aber aktuell haben ist eine sehr mächtige und sehr starke Zentralregierung, die wie eine unsichtbare Hand über uns allen schwebt. Schauen wir uns nur die Geschäfte und Unternehmen an, die durch die Lockdowns in den Ruin getrieben werden. Wir werden sehen, dass aufgrund der Maßnahmen der vergangenen Monate nicht alle Geschäfte diese Krise überstehen werden. Es wird zukünftig weniger Geschäfte, Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Theater geben. Auch die Industrie wird in einem kleineren Maßstab zurückkommen. Unternehmen und Geschäfte, die diese Krise überstehen werden, werden viel höhere Preise für ihre Dienste und Waren verlangen müssen, weil die Kapazität verringert wird. Situationen, wie wir sie in den vergangenen Monaten erlebt haben, könnten jederzeit wieder passieren. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir gezwungen werden, saisonal zu arbeiten. Das ist so, wie wenn man ein Skigebiet hat und das Skigebiet nur ein paar Monate im Jahr geöffnet ist. Man muss genügend Geld verdienen, weil man nur ein kleines Zeitfenster hat. Alle Unternehmen müssen zukünftig damit rechnen, dass ihr Geschäft jede Minute wieder unterbrochen werden kann und deswegen müssen sie genug für ihre Dienstleistung verlangen, um die Zeiten auszugleichen, in denen sie nicht arbeiten dürfen. Ich denke auch, dass wir schon vor der Pandemie mit Kapazitäten übersättigt waren. Wir hatten wahrscheinlich zu viele Restaurants und zu viele Läden, besonders im Zeitalter von Amazon und Internet. Es werden uns also nach dieser Krise nicht mehr so viele Geschäfte zur Verfügung stehen. Das Angebot wird ausgedünnt und eine Umstrukturierung der Wirtschaft wird nun verstärkt. Ein weiteres Beispiel sind die Fluggesellschaften. Sicherlich werden auch die Fluggesellschaften in einem viel kleineren Rahmen als bisher auftauchen. Es werden nicht annähernd so viele Flüge zur Auswahl stehen wie früher. Wir werden viel mehr Geld für Flugtickets zahlen, weil die Fluggesellschaften mit weniger Passagieren auskommen müssen. Und das obwohl die Fluggesellschaften immer noch von den Regierungen subventioniert werden. Aber wenn sie sich selbst versorgen müssten und wenn es kein Regierungsgeld gäbe, müssten sie viel früher umstrukturieren. Und das ist einer der Gründe, warum die Regierung der Wirtschaft großen Schaden zufügt, weil sich die Wirtschaft angesichts dieser Tatsache und angesichts all der Abregelungen ändern muss. Doch mit den aktuellen Unterstützungsprogrammen verzögert die Regierung den Übergang zu einer Umstrukturierung unserer Wirtschaft. Sie verschlimmern die derzeitige Situation um ein Vielfaches. Das was wir aktuell erleben ist, dass die Regierung hilft Unternehmen über Wasser zu halten, obwohl sie deren Bankrott einfach nur herauszögern und Unmengen von Geld verschwenden. Sie bezahlen Menschen dafür, nicht zu arbeiten und nicht produktiv zu sein, und schaffen damit starke Anreize, dass viele Menschen gar nicht mehr arbeiten und das Haus verlassen wollen. Es gibt inzwischen viele Gründe, warum Menschen nicht mehr zur Arbeit zurückkehren wollen. Finanzielle Gründe. Denn viele Menschen werden lieber nur bezahlt anstatt arbeiten zu gehen und Gehalt zu erhalten. Für die meisten Menschen ist ein Job ein Mittel und nicht ein Zweck. Wenn sie also die Mittel nicht mehr brauchen, wenn sie die Ziele einfach dadurch erreichen können, dass sie einen Scheck von der Regierung bekommen, und sie ziehen genau das vor, dann erhöhen wir die Staatsausgaben massiv. Staatsausgaben sind eine Last, die die Wirtschaft tragen muss. Und wenn wir jetzt die Last der aktuellen Krise und die größere Last von mehr Regierungsprogrammen tragen müssen, ist das eine sehr schwere Last für die Wirtschaft. Und so untergräbt es die Wirtschaft, denn all diese neuen Staatsausgaben werden durch Inflation bezahlt. Die Federal Reserve druckt Geld und schickt es einfach an die Menschen, egal ob es kleine Unternehmen sind oder nur ihre Angestellten, die jetzt zu Hause sind. Jeder bekommt einen Scheck, aber niemand leistet Arbeit. Eine funktionierende Wirtschaft muss aber produktiv sein. Wir müssen Dienstleistungen erbringen, Güter produzieren und bekommen im Gegenzug Geld. Aber wenn sie stattdessen nichts produzieren und nur zu Hause bleiben, haben sie trotzdem Geld, weil sie es von der Regierung bekommen haben. Es gibt also aktuell keine Produktivität, die mit diesem Geld verbunden ist, aber es gibt eine Nachfrage. Es gehen also viele Menschen heraus und geben Geld aus, als hätten sie ihren Teil zu einer produktiven Wirtschaft beigetragen. Aber in Wirklichkeit haben sie nichts in die Gesellschaft gesteckt, sondern sie nehmen sich nur einen Teil heraus. Alles was passiert, wenn die Regierung Geld druckt, ist, dass die Preise steigen. Und das werden wir zukünftig in einer Art und Weise spüren, wie wir es noch nie erlebt haben, und es wird viel tiefgreifender sein als das, was in den 70er Jahren geschah. Denn das, was gerade passiert ist, dass die Regierung Züge des Sozialismus mit Kapitalismus mischt und damit schaffen sie große Probleme. Viele Menschen sind der Meinung, wir benötigen den Sozialismus und wir müssen alle Menschen und Unternehmen retten und wir müssen den Markt stimulieren, weil die Wirtschaft gerade so schlecht läuft. Aber es ist nicht die Pandemie, die die Wirtschaft lahmlegte. Sondern es sind alle Maßnahmen, die die Regierung bereits vor der aktuellen Krise vornahmen, die dazu führten, dass sie die Wirtschaft lahmlegten und zerstören. Durch die aktuelle Krise hat die Politik der FED auf Hyperantrieb umgestellt, aber sie haben bereits lange vor der aktuellen Pandemie die Zinssätze künstlich gesenkt und eine quantitative Lockerung vorgenommen. Anstatt unsere aktuellen Probleme zu erkennen und darauf zu reagieren, werden durch die Maßnahmen die Blasen der Märkte nur noch weiter aufgebläht. Doch die Politik befasst sich nicht mit den aktuellen Problemen, sie schieben die Konsequenzen auf. Und ein großes Problem ist, dass wir uns nicht dagegen wehren. Aus diesem Grund wird es zu einem Dollar-Zusammenbruch kommen, die Staatsschuldenkrise wird sich verschlimmern und wir werden eine massive Inflation erleben. Die Lösung besteht nicht darin weitere finanzielle Stützen zu finden, um unsere kaputte Wirtschaft zu retten oder einen Kollaps hinaus zu zögern. Das was nun passieren sollte, ist, dass wir all diese Regierungsprogramme eliminieren und die Regierungsfunktionen einschränken sollten. Dann kann der freie Markt alle aktuellen Probleme lösen. Und was denkt ihr? Liegt Peter Schiff mit seiner Prognose richtig? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience